Die Firma POMTAVA SA ist ein Spezialist für Zahnraddosierpumpen mit Sitz in der Westschweiz. Die Produkte zeichnen sich durch Präzision und Zuverlässigkeit aus. Um die Lagerkapazität zu erhöhen und gleichzeitig einen schnelleren Zugriff auf Werkzeuge, Rohmaterialien und Dokumente zu erhalten, nutzt das Unternehmen seit Jahren erfolgreich Lagerlösungen von Hähnel. In der Qualitätssicherung von POMTAVA werden 550 verschiedene Artikel, wie zum Beispiel Werkzeuge und Messinstrumente, in einem Hähnel Rotomat Lagerlift gelagert. Neben der staubgeschützten und systematischen Werkzeuglagerung konnte das Unternehmen durch die kompakte Bauweise des Hähnel Lagerlifts wertvolle Produktionsfläche hinzugewinnen. Die Mikroprozessorsteuerung MP12N mit integrierter Lagerverwaltung sorgt für optimale Abläufe im Lift. Nach Eingabe der Artikelnummer wird der entsprechende Multifunktionstragsatz in die Entnahmestelle des Hähnel Rotomat Lagerlifts befördert und der Mitarbeiter kann das Werkzeug in ergonomischer Höhe entnehmen. Im zentralen Werkzeuglager sind 66 Schubladen mit einer Tragkraft von je 15 kg montiert. Neben der Übersichtlichkeit ist auch bei kleinen Teilen eine maximale Verdichtung des Lagervolumens gegeben. Ein weiterer Hähnel Rotomat Lagerlift dient in der Produktionshalle des Unternehmens als zentrales Lager für Rohmaterial und Montageteile. Auf 21 Tragsätzen können jeweils bis zu 250 kg Material im Lift eingelagert werden. Die verschleißarme Arbeitsplatte aus V2A Stahl dient den Mitarbeitern beim Kommissionieren in ergonomischer Höhe auch als Ablage. Neben der hohen Benutzerfreundlichkeit und der ergonomischen Bereitstellung im Hähnel Rotomat profitieren die Mitarbeiter auch von der Verbesserung der Arbeitssicherheit. Nach dem bewährten Prinzip Ware zum Benutzer werden auch schwere Lagerboxen mit Rohmaterial sicher in der Entnahmestelle bereitgestellt. Der integrierte Lichtschrankenvorhang und die Sicherheitswippe von Hähnel sorgen für maximale Sicherheit der Bedienperson beim Ein- und Auslagern. Auch in der Verwaltung des Unternehmens wird ein Umlaufregal von Hähnel genutzt. In einem Rotomat-Büro-Lift werden Kundendaten in Ordnern archiviert. Dabei nutzt der Büro-Lift die komplette Raumhöhe bis unterhalb der Treppe aus. In der Entnahme ist eine formschöne und nach vorne abgerundete Arbeitsplatte angebracht. Über die integrierte Einzelliftsteuerung MP0N werden die Akten und Unterlagen angefordert und in der Entnahme bereitgestellt. Mit den vielfältigen Lagerlösungen von Hähnel konnte die systematische Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen, Rohmaterial und Akten erfolgreich optimiert werden. Pomtawa schätzt die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Hähnel Rotomat-Lagerlifte und hat sich bereits für weitere Intralogistiklösungen von Hähnel entschieden.